Barcelona. Besser kann uns das hier gar nicht davon. Das hat Hin- und Rückspiel. Also krass. Krass, was wir jetzt leisten müssen. Frank. Ich werde heute es ist Transferphase, wie ihr seht. Seht ihr hier. Ich werde davon das Spiel spielen und das simulieren und dann halt um die Transferphase ein bisschen auch noch nebenbei kümmern. Es wurde wie immer geschrieben kümmer dich um die Baller. Ihr wisst es noch. Anfang der Saison, das war eine Qual mit dem Typ. Aber jetzt ist es dann mal wieder soweit. Es geht um Paolo Dybala. Ein zweites Mal dieses Jahr. Wir kümmern uns um den Kauf. Mir wurde privat gesagt, biete ein Spieler an, also Stürmer. Aber klar, ich nehme ihm Schlag-Kassett und bietet soll dafür noch 50 Millionen bieten. So, wir haben es gerade. Mal gucken, ob das vielleicht funktioniert. Wir kümmern uns um den Top Pfff, ist da. Wir können auch da nebenbei noch mal hier gucken, womit der im Plus sind. Na, Liga-Liga-Meister werden, ja. Das Problem, dass wir immer Zweiter sind, ist eigentlich immer das Gleiche. Champions Cup, Pokalsieger. Okay, das sollten wir auch schaffen. Pokalsieger, wir sollen ja alles gewinnen hier. Nachwuchs. Na gut, das schaffe ich bestimmt sowieso nicht, weil die kennt mich. Aber jetzt erst mal, oh. Auswärts im Pokal. Wir spielen mit... Kann doch nicht linker Flügel spielen. Ja, guck, sag ich doch. Wir spielen mit Brand von Anfang an, weil Ronaldo sich verletzt hat. Ach, du Scheiße. Unser Star, der noch nicht mehr wirklich zu spiel, verletzt. So, wir haben Rekordier im Trikot. Wir werden ein bisschen was schon ändern. Warte, haben wir nicht noch einen Rechtsdatei? Fangen mit der Huta, mit der... Und mit... Ja, komm, den Rest lassen wir. So kann ich vielleicht noch was auf der Bank tauschen. Ja, wir nehmen Ödegard mit für Modric. Den nehmen wir gar nicht mit Valilovic. Ja, P, komm, ich nehme gar keinen Verteidiger mit. Und so starten wir da mit dieser Elf. Starten wir dann auswärts in das Pokalspiel. Pokalknaller. Und, ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe mal, dass wir hier wenigstens etwas ordentlich anstellen. Und los geht's. Es wird alles hier. Wir lassen den Einlauf und Co. Alles. Wir spielen im... Liberatador. Hä, das heißt doch nicht im Leben so. Ist mir auch wurscht. Und wir haben den schwersten Gegner. Wir kriegen einfach mal Barcelona am ersten... Am ersten Pokalfight kriegen wir direkt den härtesten Gegner mit Barca. Atletico hat, glaube ich, Sevilla. Also, die haben das hier irgendwie... Die Top-Teams spielen gegeneinander. Wir dürfen uns engagieren gegen Barca. Und Sevilla darf sich gegen Atletico was antun. Oder André. Besser gesagt. Der Ramos. Weil mich findet den Bart von ihm. Der sieht übelst realistisch aus irgendwie. Ja, wir kümmern uns nicht um Ramos, Bart. Aber ich frage mich, hat Barca in den Jahren irgendwas verändert? Ich sehe, Mascherano, Bravo, Alex Vidal, Marquinhos. Barca hat Marquinhos geholt. Juarez, Neymar natürlich nur da. Messi auch. Die drei Topstars sind natürlich nur da. Aber sie haben Marquinhos geholt. Die erste große Veränderung bei Real im... Ach, bei Real. Bei Barcelona im Kader. Was die Marquinhos haben. In der Liga konnten wir sie schlagen. Am besten jetzt auch einfach im Pokal sie direkt raushauen. Wir haben ja noch ein Rückspiel. Und das ist dann bei uns. In der Liga waren wir letztes Jahr, glaube ich, bis zum vorletzten oder drittletzten Spieltag zweiter. Und haben es dann noch alles umgetritt. Weil dann auch mal das El Clásico kam. Und ja. Und der Roma stellt, sagt ihn, ja, gibt ihn die Anweisung. Der jüngste Mann auf dem Platz, glaube ich, gibt die Anweisung. Das ist natürlich logisch. Der Andre Gormes müsste das sein, ja. Und Suarez und Messi stoßen haben. Wir sehen die Aufstellung nicht mehr. Schiedsrichter Alvaro, Arias, Romero, der Spanier. Messi und Suarez dürfen anstoßen. Und wir hoffen einfach, dass das was wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Aktion. Bis gleich. Und jetzt vielleicht mal das erste Mal Barcelona. Fragezeugchen, Alvaro klärt ihn, aber nicht gut. Alex Vidal, Messi, äh, Alex Vidal, Neymar, Ballerinen, bezittern, aber der Hut. Und jetzt der Gegend, er ist groß, Julian Brandt. Julian. Brandt. Julian Brandt. Ligue 1. Und so schnell geht die Sache. So schnell geht das da manchmal. Hermes Rodriguez ist da. Führungstreffer. 1 zu 0. Den Jubel hab ich noch nie gesehen. Hab ich noch nie gesehen, den Jubel. Aber ist mir auch wurscht. Wir führen, das ist das Wichtige. Hermes Rodriguez. Und es kann sein, dass es noch auf Weltklasse ist. Das tut mir dann natürlich leid, wenn es noch auf Weltklasse ist, weil, ja, äh, mein Kumpel hier hat dann auf Weltklasse gespielt. Deswegen würde mir das leid tun, wenn. Aber, ja. Das Wichtige ist, dass wir hier mit 1 zu 0 in Führung gehen. Und im nächsten Video ist es dann ganz sicherlich wieder auf Legende. Hermes trifft und schießt uns bis jetzt erstmal an den guten Vorsprung heraus mit diesem Auswärtstreffer nach 7 Minuten. Wasser in der Anfangsphase aggressiv. Wir konnten aus ihrem Eingriff einen Konterfahren so aus 1 zu 0 schießen. Wie macht das? Wasser, heißt die Frage. Wie reagieren die auf unseren Führungstreffer? Juarez macht da erstmal Weltklasse. Mascherano schiebt ihn vorbei. Riesenschocks. Aber was der Info zeiht die überhaupt da vorne macht, ist eher so die Sache. jetzt der Gegeneingriff über Neymar. Neymar. Ramos hängen geblieben. Nochmal Neymar. Jetzt war es da vielleicht ein Ballerina dazwischen. Come on. Groß. Ran. Busch dich da durch, Junge. Malstoß. Stark, Jungs. Und das Ding einfach ganz schnell ausführend. Dann läuft nämlich normalerweise ein Bale da. Dann läuft normalerweise ein Bale da. Riesenschocks. Aber auch gut gehalten von Claudio Bravo. Muss man wirklich mal so sagen. Aber gut rausgespielt von uns und ein Strahl von Bale. Aber auch gut gehalten. Eckball. Die kommt. Bell steigt hoch. Ramos steigt hoch. Legt ab. Modahut. Ja, wir kommen langsam in den Zuge. Der Mann, der heute mal einfach von Anfang an für Motorritt schreien durfte. Liger. in den Zuge. Unsere Maschine, vielleicht jetzt mal. Nächste Chance. Nach Barsha. Barsha macht das Spiel. Barsha drückt. Wir machen eigentlich nicht viel. Und jetzt gibt's den Freistoß. Freistoß Aktion, Jungs. Wer tritt die Scheiße ist so ne Frage. vielleicht mal über die mauer ins glück welch letzten an den pfosten starker freistoß mal lisa an den pfosten schönes ding aber muss man ihm lassen vielleicht für diesen spitzen freistoß vielleicht mal ein like würde mich freuen aber jetzt erst mal darauf konzentrieren wasser vielleicht mal direkt im gegner vielleicht was er direkt im gegner kopf nach unserem starken freistoß was er jetzt über messi lionel messi ramos schafft es nicht den zweikampf zu bestreiten aber kriegt die brusten von mascherano ecke ecke neymar ich bin kurz auf messi lionel messi legt nach hinten ab für mascherano der wieder für neymar und damit der flanke aber bellerin dazwischen der hut verliert ja und dann im haus stark jungs jetzt mal wieder barcelona basa kommt aber ramos dazwischen stark sagt man ramos auch heute stabil mal wieder guter einsatz von ihm gerade die darauf folgen der team lionel messi groß dazwischen gut klagen uns wirklich stark in den tabellenführer ist pokal ist was anders aber trotzdem jetzt mal über alex vidal donaruma nicht ganz weg aber wir kriegen den weg und konnte ein schwach geklärt von julian brand und brand mit einem riesen fehler mascherano und war hält sich am rücken hoffentlich ist der mann nicht verletzt da liegt er noch hält er sich an den rücken auch knappes ding von mascherano hier der innenverteidiger der irgendwie sturm spielt oder so weil er die ganze zeit vorne rum steht es wundert mich hier kommen vielleicht noch mal vielleicht noch mal wir über higua in über higua in noch mal die jungs kurz vor der pause jetzt ist pause wir führen im pokal in der ersten runde oder die zweite gegen barca und wir können uns ja mal die spielstatistik angucken ja wir haben fünf schluss davon draußen die drei davon null aufs tor aber trotzdem guckt euch den ball besitzt haben die am 58 prozent für 42 wir haben eigentlich gar nicht den ball wirklich ja die alve andere kam es oh gott war es jetzt kommt was andere gomm es ja den verzicht das fragt mich nicht gut wie dass wo 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 Jetzt darfst du mal wieder über Neymar, 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 stark gemacht, Suárez, Mascherano, der Typ ist heute Abschluss lustig, der Kapitän. Und jetzt darfst du mal wiederholen. Passa vielleicht jetzt nochmal über Neymar, über Neymar, der legt auf Suárez, Luis Suárez, Pfostentreffer, Riesenchance, Barcelona. Und jetzt ist das Glück mal auf unserer Seite gewesen in der Partie. Wir haben Glück und Passa in dem gleichen Moment hatte ich Pech. Das Ding ist richtig stark rausgespielt von Neymar und Suárez. Ne, so war es mit dem Risiko, den Abschluss an den Foss. Jetzt mal wieder Barcelona. No, nein, doch, Ramos ganz schwach. Aber wir kriegen den irgendwie raus. Und das ist eine starke Kombi. Wir kriegen das Ding von groß dahin. Ah, egal, aber daraus wird nichts. Brand ärgert sich. Wir wechseln dreimal. Hames geht der Torschütze zu Mainz zu neu. Gutes Spiel gemacht. Die wechseln auch Roberto, kommt bei denen für Gomez. Bei uns kommen Asensio, Ödegard und Halilovic. Dafür gehen Bale, James Rodriguez und Groß raus. Also total die anderen Leute reingebracht. Come on, Jungs. Halilovic will uns ja verlassen. Oh Gott. Wir werden immer schwächer dahin. Wir stehen nicht mehr gut. Jetzt vielleicht mal die Schocks-Moderhut. Der Typ ist abschlusslustig. Schon sein zweiter Versuch heute. Aber wie knapp drüber. Abschlag Claudio Bravo. Jawohl. Brandt. Halilovic. Asensio mal auf Higuain. Vielleicht dürfen wir uns noch mal was trauen. Vielleicht kommt er irgendwie noch mal durch. Ja komm, Marquinhos. Schade, dass wir Marquinhos da nicht noch den Ball wegstibitzen können. Jetzt Messi. Brandt, da kam dazwischen, aber hatte nicht. Egal. Wasser wechselt. Bei Barca kommt noch mal Lovren. Jetzt vielleicht noch mal Barcelona. Die haben gerade gewechselt. Lovrenkamp für Sergio Puskitz, aber egal. Schade. Oh Gott. Halilovic um das Ding. Ja, Donnarumma. Sauber. Als erstes. Das zweite Mal, was ich auszeichnen konnte. Vom eingewechselten Sergio Roberto. Gut gehalten. Wieder aufholen der Ecke jetzt. Reden wieder von Neymar. Weit hinten. Da steht Messi. Messi. Donnarumma wieder. Stark. Und dann das Foul an Alava. Vielleicht kriegen wir jetzt noch mal die Chance. Fällerin. Asensio. Asensio Distanzschuss. Knapp vorbei. Ich glaube, den hat Bravo nicht gehabt. Jetzt noch mal Higua hin. Gonzalo Higua hin. Was macht er? Ich wollte zurücklaufen und dann noch mal rüberlegen. Aufwürdigert. Schade, dass das ihm schnitt hat. Messi. Und jetzt ist es rum. Wir gewinnen das Hinspiel auswärts. Wir gewinnen das Auswärtsspiel in Barcelona mit 1 zu 0. Wichtiger Sieg. Ganz. Ganz. Wichtiger Sieg. Und wir freuen uns schon mal. Weil das ist eine gute Ausgangssituation fürs Spiel. Rückspiel, was ja zu Hause für uns ist. Also da haben wir eine Chance. Hier nochmal der Tor. Schütze. Parmes. Rodriguez. Wie wir auch nochmal eine Statistik sehen konnten. Hier 8 zu 2. Die haben 8 zu 6 Schüsse. Also die hatten schon mehr Schüsse. Und auch mehr Ballbesitz. Baris hat 57% Ballbesitz wie 43. Baris hat 8 Schüsse wie 6. Also. Ja. Baris hat das Spiel gemacht. Und wir haben einfach mal den Ball reingeknallt. Und dadurch unser einziges Tor in dem Spiel gemacht. Kann man machen. Weil es geht halt jetzt drum um. Ja die Zukunft. Ich weiß. Brand bedankt sich und Lackerset. Über das Gehalt schwätzen. Können wir natürlich gerne. Lackerset. Hm. 140. Ich gebe nur noch wichtiger Mann. Weil er war wichtig, wo es Iguino nicht gab. Und. Juva akzeptiert. Also dafür erstmal Danke an den Zuschauer. Der mir gesagt hat, dass ich 50 Millionen. Bieten soll. Und Alexandra Lacazette. Danke dafür. Und jetzt holen wir uns den Typ sage ich. Wir bleiben da. Hier kriegst du 5000 mehr. Und Stammspieler. Kein Gerutschiger in die zweite Mannschaft. Danke an den Zuschauer wirklich. Du für den guten Tipp. Nach solchen Zurückspiel. Lackerset. Ja gut. Ist mir egal. Heim. Bitte heim. Haar zu Gast. Ich sag. Wir stellen einfach ein bisschen um. Abschiedsspiel. Kann ich nochmal verabschieden. Da stelle ich Jigoretzka hin. Etat. Nochmal. Für Auswärts. Ligaspiel dann. Auswärtsspiel bei Lars Palmas. Wenn wir das verlieren. Verspielen wir uns da oben alles im Himmel. Himmel der Gotthaftigkeit. Passiert nach 20 Minuten nix. Trotzdem kriegt Gelb. Aber mit dem Typ ist das kein Wunder. Erste Hälfte rum. Immer nichts passiert. Die Green kommt für Lackerset. De Mbolo kommt für Bale. Und Alaba. David Alaba. Knallt ihn rein. Jawohl. Und wir kassieren auch keins mehr. Wir gewinnen. Durch David Alaba das Auswärtsspiel. Stark Junge. So darf ich wieder auf Top F erstmal umstellen. Keil. Ja so lasse ich das natürlich nicht. So. So. Können wir trainieren? Ja wir dürfen trainieren. Und dann steht das Rückspiel gegen Barsthorchen wieder vor der Tür. Krass. Das ist echt krass. Schön den einzelnen Werten. Wie Czarnic nochmal hoch. Sauber. Hm. Reste Konferenz. Wir loben das Team. Weil Heimspieler kannst du. Und. Jawohl. Nochmal ist recht. Ich kann mich nicht noch mehr bedanken bei dem Typ der mir jetzt empfohlen hat. Danke. 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 Wir haben jetzt Dybala 24 Jahre. 89er bewertet. Ich freue mich schon so auf das Spiel. Das kann ich nämlich. Ja ich simuliere es wahrscheinlich. Ich simuliere es weil es auswärts ist. Aber danke an den Typ. Wir packen ihn direkt in die Mannschaft. Paolo Dybala. Da gibt es direkt eine Umstellung in der Mannschaft. Hierin steht in der BF gut. Hm. So Trikot Nummern. Was hat der? 25. Aber wir müssen halt hier irgendeinen Typ. Ja komm Assensio. Aber er darf hier einen Flügel übernehmen. Dann nehme ich Brandt auch nicht mit. Nehme ich ihn mit. Ich weiß nicht ob ich ein Lilo wirklich auf der Bank habe. Gut. Nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. Aber ich würde erst mal. Oder kommt. Wir simulieren es nur in dieser Folge. Wir simulieren Barca. Realpokal. Rückspiel noch in dieser Folge. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Das ist der Abschluss der Folge. Der Abschluss der Folge. Das ist das Rückspiel. Das Hinspiel habe ich auswärts gemacht. 1-0 gewonnen. Haltet das von mir aus so. Wenn ihr das haltet ist schon in Ordnung. Aber Rodriguez. Der Mann aus dem Hinspiel. Der Mann aus dem Hinspiel. Der Mann aus dem Rückspiel. Erfolgreich. Damit steht es 2-0. Barca ist damit raus würde ich sagen. Die spielen Mascherano Mittelfeld. Mbolo kommt für Bale. Rodriguez 2-0. Rodriguez zerstört ihm allein. Nehme ich mal um den Anschluss. Aber es bringt ihn auch nichts. Wir stehen in der nächsten Runde. Und hauen einen der größten Favoriten. Nämlich Barcelona raus. Was willst du mehr? Oh. Was willst du mehr? Seine Favoriten raus. Und 70 Millionen dürfte Urezka. Ich will nämlich eigentlich nicht verkaufen. Marc-André Testegen. Marc-Sterne Lehrer. Achso. Und das Team Loben. Die BFÖ nimmt das dann wahrscheinlich gegen Villareal. Aber ich will es mal. Wenn ich diese Folge FIFA 17-Kanal-Romons gefeiert habe. Lasst mir, was es wert hat. Abo. Mich würde mich sehr freuen. Und schaut natürlich auch auf meinem zweiten Kanal. Äh. Hauptkanal vorbei. Wechselwolfen 4 würde mich freuen. Und wir sind Tabellenführer. Mit diesen guten Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.